Äh... 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 Irgendwie ist es schwer mit der Stimme eine hohe Stimme zu machen. Wenn ihr versteht was ich meine. Hallo übrigens zu Minecraft. Minecraft A-A-O-R-A Das ist euer Projekt. Was eigentlich schon alt ist. Minecraft, Minecraft A-O-R-A. Oh ja! Oh ja! Na, oh Gott Das war knapp Ja, wer ist jetzt der Höchste hier in der Hut, ne? Wer ist der Höchste, du Arschloch? Okay Ich würde sagen Das war es dann auch schon wieder mit dem Part Nein, natürlich nicht Aber das Coole ist Der letzte Part war ein bisschen kürzer Und soll ich tatsächlich irgendwann mal überziehen Brauche ich den nächsten Part gar nicht mehr wettmachen Denn ich habe schon einen Part, der Ziemlich kurz ist Relativ kurz ist Hallo Ja, ich würde sagen, dann sterben wir gleich auch Einfach mal, ne? Das ist eine gute Idee, glaube ich Boah, wie viele Steine ich hier verschwende, ne? Was ist denn los hier? Und dann noch der andere Turm Finde ich überhaupt nicht gut Finde ich überhaupt nicht gut, ey Oh Gott Nee, das wird doch, das wird doch nichts Ich habe Angst Nee, ich gehe jetzt erstmal weg Tut mir leid Oh Gott Ja, ich fall Oder auch nicht Okay Dann halt nicht Schade Ich dachte, ich könnte meinen Tod endlich mal feiern Sir 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 Ja Perfekt Dann gehen wir jetzt erstmal weg Besorgen uns etwas Nahrung Den ich habe richtig doll Hunger Gehen wir da Wenn ihr einfach mal Hunger habt Nein 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 Ach, es ist mir doch egal, wenn ich sterbe Habe ich noch ein Schwert Ach, guck mal, habe ich sogar noch Guten Tag Oh Alter Oh Krass Oh ja Weißt du was, die Schuhe packe ich mal weg Den Helm packe ich mal weg Warum sollte ich das jetzt nicht ausrüsten Ich bin auch behindert Ich dachte erst, ach komm Irgendwann habe ich nur komplette Rüstung Aber Oh ja, Manuel Ich bin der Ich bin der King Ich bin der Riedekraft King Alter, ich habe ja noch richtig viel Stein Geil Ich brauche eher Holz Okay Challenge accepted Die Challenge accepte ich Gut Dann gehe ich weg Und hole mir etwas zu essen Ach ja Ist die Minekraftwelt Keine schöne Minekraftwelt Ich kann ja Gehirne essen Ja Zwölf Kartoffeln, ne? Das ist ja toll Aber Da ich die Parts der anderen gucke Kenne ich mich natürlich hier etwas aus Und kann einfach mal Etwas klauen Okay Okay, fuck Ich glaube er hat weitergebaut Aber hier war das Scheiße Ne, Mist Ah doch, hier Okay, er hat Ist nicht aktuell Das, was ich gesehen habe Der hat einfach den Lava-Eimer noch hier Ich könnte Ja, obwohl Das braucht der selber, oder? Oh Gott Akazien Ist jetzt gerade so reizvoll Ich gucke mal eben Ob der hier irgendwie noch anderes Holz braucht Aber ich glaube leider nicht Ne, schade So gemein will ich dann doch nicht sein Dass ich hier einfach Äh Keine Ahnung Tropenholz gegen Akazien austausche Ohne, dass du das merkst Das wäre aber schon lustig, oder? Das fände ich schon irgendwie lustig Aber nee Das machen wir jetzt nicht Das machen wir jetzt nicht Oh, mal Ach, boah Der Baum riecht mich schon wieder so auf, ne? Und dann wundert sich Gomme, dass ich Dass ich Ähm Mehr Holz haben will Als er mir Stein gibt Ne, Moment Andersrum Dass er mir mehr Stein gibt Als ich ihm Holz gebe So Das ist einfach so viel Nerviger und Anstrengender Das ist Unfassbar Jetzt überlege ich mal Wie viel Wie viel Holz Ich schon Äh Stein ich schon in der Zeit hier Geholt hätte Bei weitem mehr Auf jeden Fall Ach, dieses Ähm Ständige Rausbaggen Der Der Hühner Und Der Kühe Nicht der Kühe Der Schafe Das ist anscheinend Ein bekannter Minekraft Bug Die Zäune sind Teils nicht geladen Oder so eine Kacke Und dann Baggen sich die Viecher Einfach darüber Das ist echt Also Ja war Und das Entwicklerteam Von Minekraft Gratulation Dass ihr so schlecht Seid Ich meine Ich kann es nicht besser Aber Keine Ahnung Das ist echt Schlecht Wie lange die auch gerade wieder für 1.8 brauchen Was Was machen die denn Was machen die denn Den ganzen Tag Ich verstehe die Leute nicht So Weißt du was Ich geh Alter Fast ein Stack Krass Ich bin aber heute hier ganz schön fleißig Und gestern auch in der Party Müsste auch alle gucken Leute Und immer schön like Und favorizieren Ich Bin es übrigens traurig Dass mir noch keiner eine Rose da gelassen hat Ich glaub keiner von den mag mich Ich dachte immer Wir werden alle froh in der Aber ich glaub Ich hab die alle zu sehr im PvP weggefickt Ich hatte ja sogar noch was Oh man Hä Äh Ein bisschen Holz für mich Und noch ein bisschen Stein Dein 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 Ach ja, das ist doch toll, Leute. Ich hoffe, ich mache das gerade richtig, aber ich glaube schon, ne? Ich sollte, glaube ich, nicht so hoch bauen. Das ist gefährlich. Ich will nur ein bisschen was essen, damit ich auch regge. Aua. Ach Leute, vom ganz runterfallen tut immer meine Eichel so weh. Kennt ihr das? Man spielt meine Kraft, fällt, tut da deine Eichel weh. Auch bei Frauen. Ja, ja. so schön so schön ist es hier ich habe gar nicht mehr so viel zeit man was ist immer los in der mine kraft welt ich verstehe das nicht ich brauche mehr guck mal ich habe eine verwendung für mein ganzes drecksholz gefunden ich kann daraus einfach ein paar leitern machen und zäune zäune war ja vorher schon abgeklärt dass es geht aber leitern ich glaube das habe ich nicht gesagt und ist mir auch gar nicht in den sinn gekommen weil ich behindert bin aber gut wo ich da jetzt runter gesprungen ich glaube ich wäre gestorben das kann ich mir leisten irgendwann werde ich noch mal bei seiner scheiße sterben aber egal freitod jolo habe ich das gerne ein bisschen weh auch in der eichel aber das geht klar wer findet ihr das denn leute findet ihr das gut wenn ich über meine eichel red ich glaube schon ich glaube schon ich finde das toll liebe manuel ich wünschte du könntest mir eine gute nachtgeschichte über eine eichel erzählen aber ich glaube sowas krieg ich nie so 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 gott so lang das war richtig ich hoffe das war die höhe aber ich denke schon jetzt muss ich erstmal schlafen gehen das ist ein problem warum schlafe ich eigentlich wie harry potter was soll das denn unter so einer scheiß treppe ach man vielleicht wird ja irgendwann auch mal ein dole magier aus mir eichenholz ich glaube tropenholz werde ich einfach nie benutzen deswegen nehme ich das jetzt zack so 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 glaube das war richtig alter alter oh ja boah boah wie viele leitern kann ich ich bin reich ja 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 ich bin reich ich hab leitern aus holz tolle die auch direkt oh man die auch direkt schiff links geht machen können ja drei stacks sind vielleicht ein bisschen viel aber ich bin reich und hier nicht also halt fressen cool ja das finde ich das finde ich schön komm das kann weg ach ja und im moment da ist noch was schön wie man meinen magen wahrscheinlich auch nur gehört hat das tönt euch doch bestimmt aber ah das findet ihr toll ich find's toll oh gott viel zu viel ich hab einfach übertrieben so aber ich darf echt nicht vergessen dass ich bevor ich den party beende nur ausleuchten muss ich heiße nicht Taddle from Jill Paddle und vergisst das und dann steht man einfach da drin Arschloch ey ich hab den hab ich den aber schon ja ich glaub ich hab den schon deswegen beleidigt im Temschbeck ich glaub sogar mehrfach darüber werd ich auch nie äh wie heißt das denn nochmal das werd ich auch nie vollständig verarbeiten können ok ich würd's auf jeden Fall auf eine Ebene bringen ok das schaff ich nicht ich kann aufgeben oh alter jetzt werd ich aber ganz ganz knapp fast runtergefallen sprung der Turm nimmt aber echt also die zwei Türme hier ich bin mittlerweile echt so ein Charakter aus Herr der Ringel geworden denn da gibt's auch irgendwo bestimmt einen Schar der der äh die Türme ja gebaut haben muss und deswegen bin ich ein Charakter aus Herr der Runge ok 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 ich hoffe das reicht von dem Lichtpegel da hinten ich glaub ich hab gar nicht mehr Stein ne kann das was ah doch tatsächlich doch noch ok fuck jetzt muss ich auf jeden Fall da hoch toll gemacht Manuel danke echt vielen Dank aber ich kann einfach hier hoch gehen ne das geht darf ich das ja ja das darf ich ja 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 ah Gott war das auch wieder für ein Part ach man ich versteh mich einfach nicht ich versteh mich einfach nicht was ist nur los mit mir jetzt brauche ich aber auf jeden Fall Holz das geht ja mal gar nicht klar boah muss aufpassen ist ja alles ok ja nur nochmal kurz auf der anderen Seite gucken und dann würde ich sagen ihr könnt den Part hier gerne bewerten und natürlich auch alle meine anderen Videos das dauert dann vielleicht ein bisschen mit dem klicken aber egal ich finde das sollte jeder Abonnent machen einfach mal jede genau ich mach's euch einfach klickt auf jede Playlist an die ich besitze ne und guckt die Videos an und dann natürlich auch alle bewerten erst dann seid ihr ein vollständiger Abonnent Sir das sollte gut gut klar gehen Sir im Leben was mein Char auch die ganze Zeit erleiden muss ne bekomme ich eigentlich durch Fallscharen auch ähm Dingens abgezogen Rüstung das wäre mal eine interessante Info schreibt das mal bitte in die Kommentare ob dann auch die Rüstung kaputter geht das wäre ja richtig kacke hätte ich gerade richtig Rüstung verschwendet aber egal gut dann sind wir echt übertrieben gut vorangekommen müssen wir nochmal von außen angucken demnächst aber wir sehen uns dann boah einfach die ganzen Steine aber naja hat sich ja gelohnt nochmal kurz raus kann ich sogar noch höher machen die sind so schmal dass es gar nicht negativ oder unrealistisch auffällt naja egal bis dann tschüss uah